Wie hast du mich gewählt? Andi. Claire. Nice to meet you. Warum bist du nach Berlin gekommen? Alle haben immer gesprochen von Life Experience und jetzt bin ich hier. Warum denkst du, ich bin allein? Weil Menschen, die alleine reisen, meistens auf der Suche sind. I see nobody. Es ist so ruhig. Berlin war mal berühmt für seine leerstehenden Häuser. Ich möchte gerne bleiben. Erst ich dachte, ich komm nicht mehr rein und dann, ich kann die Tür nicht aufmachen. Das Schlüssel. Hast du es nicht hier gelassen? Nächstes Mal fessel ich dich ans Bett. Es wird dich keiner hören. Du hast gesagt, du willst bleiben. Ab in the door! Ich hab deiner Mutter für dich getextet. Du hast ihr geschrieben, dass alles okay ist bei dir. Ich bin aber nicht okay. Du könntest machen so viele Dinge. Ich will aber nur das hier machen. Du bist nicht normal. Was wäre das Schlimmste, das ich dir antun könnte? Ich liebe dich immer. Ich liebe dich immer. Ich liebe dich immer. Keine Sorge. Ich würde es nie machen. Wie läuft es zwischen uns? Von eins bis zehn. Vielleicht sieben. Vielleicht sieben. Ich bin. Sieben.